Die SIGMATIK AG mit Sitz in Sursee wurde 1985 von Guido Sieger gegründet und beschäftigt heute ca. 25 Mitarbeiter. Die langjährige Erfahrung im Bereich der Biomasse, der Alternativenergie und der Gebäudeautomation macht SIGMATIK zu einem kompetenten Partner für gebäudebezogene Haustechnik-Lösungen. Ein richtig geheiztes Zuhause ist kein Zufallsprodukt. Bei SIGMATIK wirkt ein eingespieltes Team zusammen, wenn es darum geht, ihre neue Heizung energetisch richtig zu planen. Wärme- und Heizsysteme bestehen aus Komponenten. Die SIGMATIK-Fachleute verstehen ihren Dienst am Kunden als Auftrag, ihr tägliches Dasein behaglich, ökologisch und kostenbewusst zu gestalten. Der Schlüssel dazu heisst SIGMATIK-Energiekonzepte. Kundenberatung, Ausarbeiten und Offerieren von Systemlösungen ist die Aufgabe der Abteilung Gebäudeautomation. Die professionelle Projektleitung und Koordination aller Abläufe, das Erstellen von Elektroschemas auf modernen CAD-Systemen, sowie das Aufsetzen der Software und Visualisierung ist die Spezialität der qualifizierten Mitarbeiter und Servicetechniker der SIGMATIK AG. Für jedes Objekt bietet SIGMATIK die ideale Systemlösung. Beispiel Wärmeerzeugung Stückholzfeuerungen Pellettfeuerungen Hackschnitzelfeuerungen Grundwasser- und Erdsondenwärmepumpen Luft-Wasserwärmepumpen Fernwärmeübergabestationen Solaranlagen Beispiel Gebäudeautomation Heizung, Lüftung, Klimatisierung Komplexe Lüftungsanlagen Schnittstellen zu Fremdsystemen Alarmierungen Raumautomation Bedienung, Visualisierung Fernzugriff, Wartung Beispiel Klimaanlagen Für behagliches Wohnen Für Ihren Weinkeller Für Gewerbe und Industrie Um die Wahl für das richtige Heizsystem zu erleichtern, lädt SIGMATIK Sie ins Energiecenter ein. Ein Ideen-Pavillon für Bauinteressierte und Fachleute rund um ein behaglich geheiztes Zuhause. Jedes System funktioniert originalgetreu. Hören, sehen, fragen, erleben und gleich selber ausprobieren. Praxisbezogen wird ein Stück Holzkessel angefeuert. Dieses Spiel mit dem Feuer ist für diesmal selbst für Kinder ungefährlich. Einmalig ist das Center, weil hier klassische und alternative Heiztechniken zum direkten Vergleich nebeneinander stehen. Von der Wärmepumpe bis zur Solaranlage. Bauen soll Bestand haben. Und oft überdauert das einmal installierte System eine ganze Generation. Die Heizung wird in jedem Eigenheim zum Herzstück der Lebensqualität. Das gilt, umso wechselhafter das Klima spielt, in dem wir wohnen. Der Trend zum Ersatz von nicht erneuerbaren Brennstoffen hin zu alternativen Energien hat ökologische wie wirtschaftliche Gründe. SIGMATIK heisst Produktion, aber auch Unterhalt von gelieferten Heizsystemen. Ersatzteile liegen abrufbereit im firmeneigenen Lager. Von der kleinsten Schraube bis zur Übergabestation, wie hier für ein Fernwärmesystem. Für das Fertigbestücken dieses Solarkombi-Speichers sind unzählige Handgriffe nötig. Der Kunde hat sich für eine Stück Holzfeuerung entschieden. SIGMATIK-Techniker montieren die Anschlussgruppe. Qualitätsarbeit ist Teamarbeit. SIGMATIK setzt an allen wichtigen Schnittstellen des Produktionsablaufes auf Inhouse-Qualität. Ein Rohr erhält seinen endgültigen Schnitt auf der Kreissäge. Schweissen. Die Toleranzen sind minimal. Der korrekte Radius. Die Rohrbiegemaschine fabriziert nach Vorgabe. Millimeterarbeit. Erst über viele Gewinde und ihre Anschlüsse entsteht aus dem Skelett ein Körper. Vom Röhrenskelett zum Fertigverteiler. Der Systemaufbau am Beispiel einer Heizungsverteilung. Nach der Fertigung hat der Verteiler seine Druckprobe zu bestehen. Bevor eine gefertigte Heizung die Werkstatt verlässt, werden systemweise Endkontrollen durchgeführt. Zuerst hydraulisch. Sind die Leitungen dicht? Dann die Elektrik. Prüfen aller Komponenten und der Verdrahtung. Das Prüftableau diagnostiziert das Funktionieren der Regeltechnik. Mit dem Verlad und der Auslieferung übergibt Sigmatic ihr Produkt mit bestem Gewissen dem Kunden. Heizungen sind gebaut für jahrelange Einsätze. Gut so. Denn der 24-Stunden-Service von Sigmatic sichert dem Kunden einen sorgenfreien Betrieb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.